Hallo, Schauen und Bauen 2, Spiele mit dem Sommerwürfel, ist ein mathematisches Material rund um unseren Sommerwürfel. Es besteht aus 84 Karteikarten, die in drei Aufgabentypen gegliedert sind. Aufgabentyp 1, Würfel bauen. Aufgabentyp 2, Körper aus Sommer teilen. Und Aufgabentyp 3, das Sommertangram. Ich erkläre Ihnen jetzt, wie Aufgabentyp 1 funktioniert. Ich ziehe eine Aufgabenkarte von Aufgabenstapel 1, Würfel bauen. Es zeigt mir die sechs Seiten des Würfels. Am besten ich fange mit einer Seite an und baue die anderen Seiten Schritt für Schritt nach, bis ein vollständiger Würfel entsteht. Kommen wir nun zur Aufgabentyp 2. Dieser besteht aus vier Karteikarten, die die vier Seitenansichten eines Körpers abbilden. Wir bauen jetzt nacheinander die vier Seitenansichten nach, um am Ende einen vollständigen Körper zu haben. Zur Überprüfung gibt es eine Karte aus der Vogelperspektive. Kommen wir nun zur Aufgabenbereich 3. Ich ziehe eine Karte von dem Stapel vom Sommertangram. Die gibt mir ein Schrägbild vor, das ich nachbauen muss. In diesem Fall ist es eine kleine niedliche Giraffe, die aus allen sieben Sommerteilen zusammengebaut worden ist. Das war Schauen und Bauen 2, Spiele mit dem Sommerwürfel. Ich wünsche viel Spaß damit.